Musik Sehr schön, sehr schön. Eine Mission machen wir noch. Welche ist das? Feuerwerksfabrik. Müsste auch Emergency 4 sein. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Emergency 4, sag ich ja. Ähm. Ja. Fangen wir mal an. 2006. Kann ich mich noch gut dran erinnern? An die Mission? Habe ich nicht ganz so oft gespielt wie manch andere Missionen, aber auch eine schöne Mission. Auch recht anspruchsvoll, muss ich sagen. Also kam es mir damals vor, als ich es in Emergency 4 gespielt habe. Aber machen wir Pause. Kann ich mich trotzdem bewegen? Nein. Also ist das jetzt hier wirklich wieder so, wie ich es mir gewünscht habe. So. Gucken wir mal. Rüstwagen. Einer hier. Verstand. Einer hier. Achso. Einer hier. In Ordnung. TLF. Zwei nach hier. Zwei nach hier. DLK. Bitte nach hier. Kein Problem. Dann haben wir feuerwehrtechnisch alles rausgeholt. Rettungshundefahrzeug. Erstmal im Hintergrund nach hier. Wird gemacht. Streifenwagen. Bergefahrzeug. Ja. Bergefahrzeug ist immer gut. Kein Problem. Höre. So, Alter. Hallo. Löschen. Wird erledigt. Ach du Kacke. Was ist jetzt los? So. Erwarte Befehle. Jetzt hatte ich ja kurz Angst. Löschen da. Alles klar. Kriegst du hin. Erwarte Befehle. Ich werde es auch mal ein bisschen dichter. Höre. So. Wo muss ich irgendwen runterholen? Keine Ahnung. Ja. Dann kannst... Erstmal gucken. Ah. Hier. So. Das läuft. Erwarte Befehle. Sind beide Rettung... Ah. Jetzt sind beide nach hier gefahren. Einen wollte ich doch hier drüben haben. Mann. Mann. Leute. Leute. Das läuft ja wie am Schmischen. Hier brauche ich TLF. Weil hier habe ich keine... Uh. Hallo TLF. Komm mal nach hier drüben, bitte. Ich habe das Gefühl... Also ich will jetzt nichts beschreien oder so, ne? Aber... Ja, ne. Hälfte erst mal. Hälfte erst mal. Das ist richtig. Ähm. Ich habe das dunkle Gefühl... Was geht's? Wird gemacht. Dass... Es hier mehr brennt als... Bin bereit. Ja. Verstanden. Höre. Zack. Zack. Schlauch. Bin dabei. Danke. Was gibt's? Ihr beide... Schlauch. Jetzt brauchen wir aber langsam mal Rettungskräfte. Äh... ITW. Einmal nach hier, bitte. Obwohl... Ihr beide... Schere. Alles klar. So. Was kannst du anheben? Ich hätte hier gerne noch Rettungswagen. 2, 3, 4. Lösche mal kurz den da hinten. Bin dabei. 2, 3. So. Stell dich mal nach hier so in etwa. So. Ihr beide... Was geht's? Ach, Leute. Ihr beide... Ja. Nein, ohne den. Löscht... Hier nicht. Holt euch erst mal einen Schlauch. Bin dabei. Obwohl, nee. Das sollten die mit der Schere sein, ne. Ist egal jetzt. Erwarte Befehle. Erst mal Schlauch. Schlauch ist wichtiger. Erwarte Befehle. Jawohl. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Bin dabei. So. Wie sieht's hier aus? Ja. Das löpt. Okay. Das löpt. Erwarte Befehle. Was ist jetzt los? Ach ja. Ich erinnere mich. Ich glaube, die Mission können wir auch nochmal machen. Weil das war überhaupt nicht effizient hier gerade, ne. Wollte ich bloß mal so sagen. Anton, Effizienz ist mein Name. Wollte ich bloß mal so gesagt haben. So. Was können wir denn hier retten? Gar nichts. Gar nichts. Ich persönlich finde ja, man kann viel zu wenige Feuerwehrleute hier holen. Ich brauche mehr Leute. Stell dich mal bitte nach hier. Vielleicht sollte ich das auch anders aufteilen. Ja, geh lieber weg da. Es ist heiß, ne. Was? Erleck mich doch. Löschen wir das da. Warte mal. Ich fange nochmal neu an, bitte. Äh. Einsatz wiederholen. Jetzt mache ich mir aber vorher den Kopf. So. Pausieren. Feuerwerksfabrik. Da hätte ich gerne zwei TLs mindestens. Denn hätte ich gerne einen Rüstwagen. Dann, dann, dann. So. Nachdenken, Anton. Nachdenken. Erstmal Überblick machen. Den Überblick habe ich jetzt so halbwegs. Okay. Also hoffe ich. Äh. Die Drehleiter brauchen wir hier. Jawohl. Den Rüstwagen hätte ich gerne hier. Alles klar. Die anderen beiden TLs hier. Hier. Eins hier. Eins schicke ich noch wieder rüber. Ähm. Dann haben wir hier noch einen Rüstwagen. Den schicke ich nach hier. Alles klar. Dann macht die deine ITW und die ganzen RTWs erstmal nach hier. Verstand. Du fängst an da zu löschen. Du löscht hier. Dankeschön. Du rettest den da draus. Du sitzt ab. Alles klar. Und rüstest dich mit Schlauch aus. Bin bereit. Okay. Du sitzt ab. Wird erledigt. Hör. Und ihr rüstet euch auch mit Schlauch aus. Kein Problem. Danke. Erwarte Befehle. Höre. Stellst löschen da. Du stellst löschen da. Du sitzt da ran. Wird erledigt. Hol den doch jetzt mal da raus. So. Du absetzen. Verstand. Ihr zwei. Schere. Ist in Arbeit. Du kommst auf diese Seite. Du. Erwarte Befehle. Löschen hier. Verstanden. Du fährst nach da. Du lach da. Sehr gut. So. Was geht's? Du schnippelst den auseinander. Du absetzen. Bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Schlauch. Und du rettest hier hinten die aus der Gefahrenumgebung. Ist in Arbeit. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig. Du löschen das Gebäude. Du löschen das Gebäude. Kein Problem. Du absetzen. Ihr beide holt. Du holst hier eine Schere. Genau. Damit ich das da oben auseinanderschneiden kann. Und du holst hier einen Schlauch. Danke. So. Wo ist der? Der ist da. Ja. Stell dich mal lieber nach hier. Alter. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute, Leute. Profis schickt das Arbeitsamt. So. Wo ist er denn? Was geht's? Ach nee, da ist er. Ja. Löschen hier. Jawohl. So. Du. Was gibt's? Sneiden. Ist in Arbeit. Du hast Schlauch. Du hast löschen hier. Wird gemacht. Du einmal so. Ja komm, leg ab. Du holst die da weg. Du gehst nach hier und schneidest da raus. Habe ich überhaupt schon Rettungskräfte hier? Ja. Absetzen. Du stellst dich bitte nach hier. Löschen da, bitte. Du baust dich auf. Alles klar. Das war eine äußerst ungünstige Situation. Mal folgen, wenn man es auch im Arsch. Behandeln Sie verletzte Personen immer so schnell wie möglich. Die Opfer werden mit der Zeit immer schwächer und sterben, wenn sie nicht rechtzeitig versorgt werden. Warte mal. Ich mach das nochmal anders. Diesmal erst Opfer, dann löschen. TLF. Zwei nach hier. Eins nach hier. Rüstwagen. TLF. Rüstwagen. Drehleiter. Zwei RTWs nach hier. Rettungshundefahrzeug erstmal noch da. Zwei RTWs nach hier. Reicht erstmal. Absetzen. Absetzen. Und du löschen, bevor hier irgendwas passiert. So. Absetzen. Du nach hier. Ihr beide. Hallo? Ah, so jetzt. Schlauch. Du absetzen. Wird erledigt. Ihr beide. Schlauch. Die löschen da. In Ordnung. Absetzen. Du. Erwarte Befehle. Schere. Du. Schlauch. So. Ist egal. Jetzt. Absetzen. Du absetzen. Du absetzen. Jetzt sorge ich erstmal dafür, dass sie hier alle rauskommen. Lebend, wenn möglich. Du holst dir den da hinten. Du holst dir den da. Jawohl. Du holst dir eine Schere, bitte. So. Du hast was? Du hast noch gar nichts. Du holst dir eine Schere. Du rettest die hier hinten, bitte. Ich persönlich finde, man bräuchte viel mehr Feuerwehrleute. Ah, Leute, Leute, Leute. So. Weg dann. Viel zu weit geklickt. Egal. So. Einmal nach hier drüben. Wie geht's in den Rettungswagen? Noch gut. Bräuchte ich immer einen Schlauch? Ihr zwei Mannequins schlauch. So. Ihr zwei hätte ich gerne, dass ihr hier löscht. Und dich? Ne. Euch zwei hätte ich gerne nach hier. Bitte. So. Du holst dir den da. Ihr zwei bringt die nach da. So. Du hast den Schlauch. Du löschen hier. Du bringst den in Sicherheit. Der fängt an zu... Nein, du sollst dir eine Schere holen, Mann. Ach nee, stimmt gar nicht. Der mit der Schere ist hier, aber der kannst du trotzdem noch eine Schere holen. Hallo. Lauf dich. In Ordnung. So. Du bringst den nach da. Du fährst nach hier. So. Du hast dir eine Schere geholt. Du schneidest den auf. Ein Notarzt? Ja. Hol ich mal von hier drüben ein. Bin bereit. Kein Problem. Ja, sofort. Was gibt's? Du. Nach hier. Alles klar. Du. Stellst dich nach dort. Wo ist der Feuer? Nein! Behandeln Sie verletzte Personen immer so schnell wie möglich. Ganz entspannt, Anton. Ganz entspannt. Rüstwagen direkt nach hier hinten, damit ich das nicht wieder verkacke. TLF. Eins nach hier. Drehleiter. Nach dort. TLF. Nach da. ITW. Nach hier. TLF. Zwei Stück nach hier. Nee, nicht Drehleiter. Drehleiter habe ich leider keine mehr. Rüstwagen. Rüstwagen. Steht mal drei auf dem Parkplatz hier. So. Löschen. Absitzen. So. Löschen. Absitzen. 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 So. Zack. Schlauch. Schlauch. Schere. Schlauch. So. Ihr zwei. Hallo? Geht bitte nach hier. Danke. Die anderen beiden. Ihr geht bitte nach hier. Mal gucken, ob das was bringt. Was bringt. Löschen wir kurz da. Du auch. Löschen da. Der eine Feuerwehrmann kann. Geht bitte zur Rettung. Mit nach hier oben. Absitzen. Ihr rettet erstmal die da. Bevor das Häuschen einstürzt. Du holst direkt die Person weg. Und du da. So. Ihr könnt einmal später absitzen. Danke. Okay. Und mit der Schere aufschneppeln. Alles klar. Erwarte Befehle. Sehr gut. Somit habe ich das übergreifen. Hoffentlich schon mal. Ah, hier. Drehleiter. Mitlöschen. Danke. So. Du. Weg da. Du. Hallo? Hallo? Feuerwehrmann. Weg da. Du. Holst die da raus. Du. Schön, dass sie das alleine machen. Aber das scheinbar nicht ganz so wirklich funktioniert. So. Weg bringen. Du. Holst dir eine Schere. Danke. Bringt ihn doch jetzt mal weg. Danke. Danke. So. Schick. Gut. Was geht hier ab? Das läuft. Sehr schön. Jetzt stürzt es zusammen und es ist keiner mehr da. Siehst du, Anton? Es geht doch. Wieso hast du es vorhin nicht geschafft? Erklär mir das. Bitte. Danke. So. Eins, zwei, drei. Vier. Ne. Drei hätte ich gerne. Erwarte Befehle mit Schlauch. Sicherlich gerne mit Schere. Ich glaube, der eine war schon mit Schere ausgerüstet, aber ist egal. Du. Löschen da. Du. Löschen da. Absitzen. Du rettest den. Alles klar. Du. Erwarte Befehle. Holst mal schnell von den von dahin. Du befehle. Ihr beide absitzen. Bin bereit. Ähm. Du holst den. Kein Problem. Du rennst nach hier und holst gleich den. Ihr sitzt ab und baut euch auf. Was ist denn daran so schwer? Und du erklärst mir. Guck mal. Zwei Rettungswagen hätte ich gerne hier. Danke. Schön. Absitzen. Absitzen. So. Wo ist denn mit der Schere? Da. Ich brauche den Rettungswagen hier. Das TLF brauche ich hier. Erwarte Befehle. Bin bereit. Sofort. Zack. Zack. Bin bereit. Zack. Ist in Arbeit. Ja. Blick ab. Höre. Ganze Busch rundherum brennt schon. Absitzen. Hab ich noch einen Rettungswagen? Ja, hab ich. Ist in Arbeit. Schick dir den mal bitte hierher. Du. Höre. Dich hätte ich gerne. Einmal nach hier. Danke. Notarzt fängt an zu behandeln. Bitte danke. Danke. Der ITW hätte da drüben mehr Sinn gemacht, aber ist egal. Du holst dir den. Alles klar. Du. Erwarte Befehle. Nach hier. Bin bereit. Nee, du. Erwarte Befehle. Du nach hier. Du nach hier. Was gibt's? Verstand. So. Wo ist der mit der Schere? Da. Was gibt's? Schneidest den raus. Wird erledigt. Absitzen. So. Schick. Schick, schick, schick. Brennt hier noch irgendwas? Nö. Sehr gut. Da brennt's noch. Und hier brennt's noch. Das geht aber alles. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du. Schere. Einen hab ich da noch. So. Hab ich noch. Du. Nach hier oben. Wo ist der andere? Da. Du gehst direkt nach da. Höre. Der Rettungstransportwagen bringt das Wasser zur Kankstation in der Basis. Passt schon. Höre. Du kommst ein bisschen dichter. Sehr schön. Läuft. Wobei ich mir hier denn so denke, irgendein Pundus hättest du aber auch besser machen können. Aber naja. Passt schon. Fabrikchef festnehmen und abtransportieren. Das hab ich schon ganz vergessen. Streife war Gedankeschön. Achso. Ja gut, den Rettungshund hab ich jetzt auch verdrängt. Perfekt. Aber jetzt kann nicht alles beim dritten Mal perfekt laufen, ne? Das geht ja nicht. Absetzen. Du nimmst hier. Pfefferspray. Kein Problem. Ja, Achtung. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Bin dabei. Naja, und ich hab ihn gefeffert. Schmeckt er gut. Mann, Mann, Mann. So. Wo ist der mit der Schere? Ich hab hier doch noch einen, ne? Schneiden. Danke. So, ITW. Was sagst du? Sehr schön. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Läuft, würde ich sagen. Jetzt muss ich den Rettungshund... Ja, wird erledigt. Wie viele sind das? Oh, drei. Ja, ich hätte den früher einsetzen sollen. Macht nix. Passt schon. Schaffen wir. Ich hol einfach noch den zweiten. Wird erledigt. Und das Bergefahrzeug auch direkt. Zu befehl. So. Achso, der ist noch gar nicht aufgebaut. Fahr mal nach da. Du fährst nach da. Dann haben wir gleich auch alle. Brände ab. Gearbeitet. Zwei RTWs nach hier. Das passt. Einen von euch würde ich gerne hier. Drei Minuten jetzt. Hörb, nicht übertrieben. So. Was war das? Wurde ich nachher mit Achievement angehört? Dann passt doch auch noch. Ach, was geht's? Wir müssen verletzte Personen im Einsatzgebiet schnellstmöglich versorgen, ehe sie sterben. Ja, wieso macht er das denn nicht? Jawohl. Was geht? Kein Problem. Hörer. Ja, wahrscheinlich kriege ich hier nicht mal Bronze. Weil... Ich... Ähm... Ähm... Blotarzt steht denn direkt bereit. Höre. Absin... Hab ich schon gesagt, absinzen? Wo rennen die denn jetzt hin? Ach, die rennen einmal rum. Das ist doch auch nicht schlecht. Park mal nach da. Was geht's? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Da. Komm, Berge, Fahrzeug. Gib Gas. Sprit gemacht. Verschüttete Opfer befreien. Drei von fünf. Passt. Ne, warte mal. Verschüttete Opfer befreien? Verschüttete Opfer befreien? Ich seh keine Opfer mehr. Na egal. Passt schon. Verschüttete Opfer befreien. Vier von fünf. Passt. Hä? Du bist eine Person mit Rettungshund... Warte mal. Einer muss noch. Okay. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, komm, hopp. Gib Gas. Wird erledigt. Leute, Leute, Leute. Mann, Mann, Mann. Ich fühl mich voll unter Druck gesetzt. Nein, fühl ich mich nicht. Es geht voll. Es geht voll. Guck mal, da kann ich noch... Obwohl, ich kann auch einen von denen hier hinten nach da vorne stifeln lassen. Du, bitte nach hier. Danke. Du, bitte nach hier. Danke. So, wo ist denn der letzte jetzt hier? Hm? Hm? Wo ist der denn? Wollen wir hier... Machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt? Ah, da. Guck mal da. Kran, bitte schnell. Nee, das muss dann auch direkt bereitstehen. Kannst deinen Hund wieder zurück pfeifen? Die alte Pfeife. Alter, es wird knapp. Wetten, den verliere ich? Weil der hier war ja schon extrem knapp. Ja, mal sehen. Jo, wir schaffen das. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, also brauchen wir nur zwei Rettungswagen. Zwei Rettungswagen. Zwei Rettungswagen. Ja, ich bin jetzt auch zu faul, die wieder nach Hause zu schicken. Ganz ehrlich. Fahr, schneller! Wahrscheinlich steht der Notarzt jetzt im Weg oder so. Komm, Notarzt. Guck mal, einer von euch beiden kann nach hier kommen. Schneller! Komm schon! Dafür, dass das erste Mal so übel kacke lief. Das zweite Mal auch. Lauf das dritte Mal doch ganz gut. Ich hab halt bloß was mit den Rettungshunden verschwitzt. Halb so wild, halb so wild, ne? Komm! Okay. Ja, der lebt nicht mehr. Kannst du vergessen. Wenn der jetzt noch lebt, dann bin ich begeistert. Dann sag ich Halleluja. Siehst, sag ich doch. Schade. Hätte, ja, klappen können. So, du willst du direkt den. Du sitzt ab. Obwohl, nee. Ja, ist egal. Ist egal. Kannst du einsteigen. Du kannst da einsteigen. Du kannst da einsteigen. Du kannst da einsteigen. Du willst du den. Du steigst da ein. Passt schon. Ja, ein Toter. Das ist doch nur für so ein Unglück. Für so ein Unglück. Ist das doch eine gute Bilanz. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen assi. In Ordnung. Bin bereit. Sofort. Okay. Bin bereit. In Ordnung. So. Gut. Gut. Dann machen wir ein bisschen schneller. Weil wir haben es geschafft. Dap, 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 dap. Ja. Oder sieben. Acht. Passt. Sehr schön. I tüfe. Silber. Da, la, 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 la. Dun, da, la, 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 la. So. Ja, hervorragend. Ja, hervorragend. Pff, leck mich. Und die Situation unter Kontrolle gebracht. Silber. Mit so einer Leistung Silber? Ja, gut. Ja, gut. Weiter. Gut, meine lieben Freunde. Dann war es das wieder für heute. Nächstes Mal geht es weiter mit der Orkanfront Ja Weil wir haben es jetzt schon 10 nach 11 Ich werde dann jetzt ins Bett gehen Ne? Hau da rein Tschüssikowski, ciao, ciao